Narumol David bricht in der TV-Show Kampf der Reality-Stars in Tränen aus und macht eine verzweifelte Ansage. Bitte wählt mich raus, lauten die Worte der 55-Jährigen. Die ehemalige Bauersucht-Frau-Hofdame leidet während der Dreharbeiten der TV-Show unter starkem Heimweh. Denn für sechs Wochen ist Narumol auf Thailand, getrennt von ihrem Mann Josef und Tochter Jorafina. Anfangs hatte ihr die Trennung nichts ausgemacht, doch nun vermisst Narumol vor allem eine. Ihre Tochter Jorafina, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten coronabedingt noch im Homeschooling war. Dennoch verließ die TV-Bekanntheit die Show am Mittwoch nicht und blieb tapfer bei Kampf der Reality-Stars. Das TV-Comeback von Narumol hatte viele Fans freudig überrascht, denn sie ist das personifizierte Highlight der RTL 2-Show.